30. Dezember 2020. Der SWR berichtet, dass Thomas Hitzesberger der verschleierte vierte Kandidat zur Präsidentschaftswahl ist. Twitter explodiert jetzt schon. War ja schon seit Wochen immer mehr klar geworden, dass Hitz und Vogt keine Traumbeziehungen führen, wie sie sich viele wünschen würden. Wenn schon einmal das Sportliche mehr als nur passt. Keine alljährlichen Trainerdiskussionen im Herbst. Für mehr als würdigen Ersatz sorgt unser VfB jetzt trotzdem. Endlich zurück in die Normalverfassung. Ein unseriöses und unwürdiges Bild abgeben und Unruhe auslösen. Das Selbstzerstörungsgehen. In jedem normalen Unternehmen wird sowas intern und ruhig geklärt. Man ist es nur noch leid mit diesem Verein. Dann kommt die öffentliche Demontage des Klaus Vogt. Hitz der Hammer veröffentlicht seinen lange in der Schublade gelegenen offenen Brief. Es ist fast nicht in Worte zu fassen, in welcher Form hier ein Mitarbeiter des VfB einen anderen Mitarbeiter des VfB zerstören will. Anschuldigungen über Anschuldigungen. Komplett taktlos, respektlos, unwürdig, aber vor allem eins. Nicht zu erwarten von Mr. Sympathisch, dass er sich derart im Ton vergreift. Vogt wird, so vom Kicker interpretiert und formuliert, als ungeeignet, gescheitert, ein Spaltpilz, ein öffentlichkeitsgeiler Selbstdarsteller, ein Hindernis, gar eine Bedrohung für den VfB dargestellt. Das geht gar nicht. In keinem Unternehmen, Verein, whatever. Macht und Karriere steigen wohl jedem zu Kopf. Ich könnte kotzen, aber kein Konfetti. Nach ganz oben koste es, was und wessen Kopf es wolle. Selbst sollte was an diesen Anschuldigungen dran sein, denn wir haben bisher nur Aussagen gegen Aussagen, ist der Vorstandsvorsitzende und Präsident in Personalunion ganz klar zu mächtig. Da geht's mir gar nicht um Hitz. Da kann sitzen wer will. Hitz hat es ja bisher auch sportlich gut gemacht. Wir erleben Fußball und Aufwind wie lange nicht mehr. Ich möchte mich hier auf keine Seite stellen, da keiner klar bewiesen Recht oder Unrecht hat. Ob wir Fans und Mitglieder das jemals wissen werden, ist auch unklar. Ich wäre als Vogt einfach zurückgetreten. Ich bin der beliebteste Präsident seit langer Zeit und mir wird dann öffentlich so ans Bein gepisst. Von einem Mitarbeiter, mit dem ich eigentlich bis zur Wahl am 18. März 2021 noch normal weiterarbeiten sollte. Wer's glaubt, wird selig. Dann wären jetzt absolut alle Augen auf Hitz. Er hätte Vogt rausgemobbt. Nun äußert sich aber Vogt, sichtlich weniger vorgeplant wie der Text von Hitz. Also, wenn er nur von Hitz geschrieben wurde. Man wird das Gefühl leider nicht los, dass er die Marionette der Altlasten Dietrichs, die immer noch im Verein sind, spielt. Gerade weil es viel um Aufklärung der Datenaffäre geht und wegen den Gründen. Vogt forsche zu viel, möchte sich in zu viel einmischen. Wer nichts zu verbergen hat, stellt sich jeder Aufklärung. Wer weiß, was diese für einige im Verein bedeuten könnte. Ein Präsident Hitzesberger scheint zumindest einmal weniger nervig zu sein wie Vogt. Saß ja auch schon in der Reschke und Dietrich-Ära schweigend daneben. Vogt verteidigt sich, dass er als Kontrollorgan seine Rolle nicht überzogen hat. Ebenso wehrt er sich gegen die Anschuldigungen in der Datenschutzaffäre nicht alles offengelegt zu haben. Wenn er irgendwo über seine Erlaubnisse hinaus gestört ist, darf das natürlich nicht sein. Genauso wenig wie andere Fehler oder andere fehlende Transparenz. Er schreibt er aber die Zustimmung. Und auch ein von der Versicherung größtenteils gedeckter und für die Fußballwelt nicht sonderlich hoher Geldbetrag sei allen, Hitz inklusive, bekannt. So wirkt es auch in der damaligen Meldung des VfB zu Aktuelles zur Datenschutzthematik. Egal unter welchem Präsidenten, die Datenaffäre muss zur Befriedigung aller Mitglieder komplett aufgeklärt werden. Nicht nur so weit, wie es den Positionen im Verein nicht wehtut. Das gesamte Bild zu bewerten ist aufgrund der nicht vorhandenen Beweislage gerade extrem schwierig. Man kann nur die Außenwirkung und das Menschliche bewerten. Klar ist, Hitzesberger setzt mit seiner Präsidentschaftskandidatur den gesamten Verein auf Spiel. Es wird mal wieder vergessen, dass keine Person größer ist als der Verein. Was gerade passiert, kann keiner gutheißen. Den Verlierer werden wir ganz sicher nicht mehr in einer anderen Rolle im Verein wiedersehen. Egal wer diese Schlammschlag am Ende gewinnt, eines darf nicht passieren. Dass das hier auf die Leistungen auf dem Platz abfärbt. Wir werden es ja schon im Spiel gegen Leipzig am Samstag beobachten können. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Krise, Unruhe, wie auch immer man das hier definieren soll, direkt auf den gesamten Verein projiziert, inklusive sportliche Leistung. Ich freue mich auch schon auf die Präsidentschaftskampagnen, wenn es auf den März zugeht. Also sollte Vogt überhaupt kandidieren dürfen. Hitz, wählt mich, denn der sportliche Erfolg rund um Mislintat, Materazzo und Co. hängt an mir fest. Vogt, wählt mich, dann agiere ich weiter im Willen der Mitglieder und kläre hartnäckig auf. Das große Glück für beide. Keine Fans im Stadion bis dahin. Keine Schmährufe, keine Fadenkreuze, keine Meinung der Fans. Dafür macht das wunderschöne Plakat der Kanzler der Kurve eben auf Twitter seine Runde. Egal welcher Spieler, egal welcher Präsident, die einzige Konstante sind wir Fans. Mit der Katte Schmährufe. Mythos Nichts 씁 lóg